Er weiß, wer David Konatsky ist. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, ich hatte viele Besprechungen mit Clemens Fritz, auch mit dem Trainer. Und dann habe ich gesagt, dass dieser Klub gut für mich ist. Dieser erste Tag hier in dieser Mannschaft, dieser Klub ist perfekt für mich. Ich fühle mich richtig, richtig gut, auch mit diesen Jungs in der Kabine. Sie helfen mir viel. Ja, und ich fühle mich bis zum ersten Tag hier super. Robert Lewandowski ist der beste Stürmer, aber ich bin David Konatsky und ich will die Arbeit für meinen Namen. Ja, ich bin, ich denke, nicht typischer Nummer neun, aber mehr als zweiter Stürmer. Ja, ich mag viele Läufe machen. Ja, ich kann, ich kann, ich habe viele Tore beim Kopf gemacht, auch rechts, links Fuß. Auch in diesem Dorf, ich habe, ich habe am Flügel gespielt, aber ich will nicht die Beste in dieser Position. Robert ist der beste Stürmer in der Welt, das ist gut für mich, aber ich will die Arbeit für meinen Namen. Ich bin David Konatsky und ich will, dass alles David Konatsky weiß. Das ist für mich das Wichtigste und ich arbeite für meinen Namen. Wir haben keinen Kontakt, keinen freundlichen Kontakt, dass wir zusammen angerufen können. Nein, aber wir haben, ich denke, einen guten Kontakt. Er weiß, wer ist David Konatsky. Ich hoffe. Ja, ich weiß, dass Marvin und Fühle gut gemacht haben, in der letzten Saison viele Tore gemacht haben, aber ja, jetzt ist eine neue Saison. Wir haben, wir haben, ich bin hier auch, so, ja, mein Ziel ist ein Spiel, in jedem Spiel und helfen dieser Mannschaft. Und was ich gesagt habe, ich denke, auch für mich ist es gut, dass wir diese guten Stürmer, Marvin und Fühle haben. Ich kann auch lernen. Ich bin 26 Jahre alt, so, okay, ich habe viele Experienz auch, aber ich kann, ich kann mehr lernen. Dann, vielen Dank euch, vielen Dank dir. Ja, danke schön, weil meine erste Pressekonferenz in Deutsch, ich denke, war nicht schlecht, aber ja, ich bin lange Zeit in Deutschland und es ist wichtig für mich zum Sprechen im Deutsch. Aber ich weiß, das war nicht perfekt, aber ich probiere, so, danke schön. Ich weiß, das war nicht perfekt, aber ich weiß, das war nicht perfekt, aber ich weiß, das war nicht perfekt.